Ein einsamer Junggeselle, vielleicht steht ein Heiratsanwes in der Zeitung. Da ist Scheine. Staatliche Münchnerin sucht Gleichgesinnten, zweck spätere Ehe. Treffpunkt 4 Uhr. 4 Uhr. 3 Viertel. Glockengasse 11. Frischkampit und geschnäutzt. Das ist die Adresse. Jetzt ist er neugierig. Wohnt da das Fräulein vielleicht? Das ist doch Sie. Sie. Da bleibst. Er quält ja anscheinend. So ein Glück. Schönes Puge. Jetzt macht's einen Kaffee. Jetzt stärken wir uns erst und dann, dann kommt der Ehevertrag. Musik. 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 Da steht alles drin. Nur noch unterscheiden. Schon ist passiert. Ein Treue fest. Die Verwandtschaft ist natürlich auch dabei. Auf geht's zum Hochzeitsmahl. Da kommen die Geschenke. Ein Kanarienvogel und ein herrlicher Grammophon vom Schwiegervater. Und da ist die Braut. Glück. Wo bleibt's Bier? Prost! Ich hab einen wundervollen Schwiegersohn, mein der. Jetzt kommt die Lebergödelzuppen. Jetzt spricht der Bräutigam. Ein Schwiegersohn hat nix zum Reden. Statt dem Mahl findet jetzt ein Tanz statt. Das schöne Hochzeitsgeschenk. Und der Kanarier ist auch fort. Fangtsen! Quer durch die ganze Ökonomie. Das ist ein schwerer Fall. Der Bräutigam ist bewusstlos. Eine schöne Hochzeitsreise.